so in einem vorgeht, wenn man schläft. So in einem vorgeht, wenn man schläft, ZANG EN MUZIEK 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 Musik 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 Ich möchte Ihnen einen wunderbaren Musiker vorstellen. Ich bin sehr froh, dass Sie meiner Einladung gefürgt sind und mit hier heute für Sie stehen. Das ist Helen Cheson am Klassenkreis. Moritz Baumgärtner am Schlagzeug. Und Theo Bleckmann am Gesamt. Applaus Wir haben noch ein Stück. Ein Wort mit einem Gedicht. A Noiseless Patient Spider. Ein Spinner steht oben auf einer Anhöhe und guckt herunter in die weite Welt und spürt über Fäden. Und das ist ein Bild dafür, wie man irgendwie alleine ist als Mensch, der aber eben auch sein Leben lang spielt. Und das ist ein Bild. 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 Musik 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 Applaus 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 Applaus